Hi, ich bin der Sascha. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, 2018 examiniert. Bin gerade in der Fachweiterbildung zum Intensiv- und Anästhesiepfleger und bin seit 2018 auch hier, habe auch hier im Haus gelernt und habe mich dann entschlossen direkt auf die Intensivstation zu gehen. Hatte einfach den Hintergrund, dass ich der Meinung bin, dass ich da gefühlt für mich am meisten für die Patienten tun kann. Wir haben die Vorteile, dass wir eben sehr nah sehr intensiv miteinander arbeiten. So entwickeln sich halt auch mal Freundschaften, so dass man sich dann nach dem Dienst auch mal zusammensetzen kann, mal ein bisschen schwätzen kann, mal auch außerhalb der Arbeit einfach mal was unternehmen kann. Wenn ihr Spaß daran habt, viel Zeit am Menschen zu verbringen, viel Zeit mit Menschen zu verbringen und da Lust zu habt, noch mal was zu lernen oder etwas zu lernen und euch sozial engagieren wollt oder etwas Soziales machen wollt, dann kommt doch in die Schlossberg-Klinik und werdet ihr Pfleger.